Der Herr Laschet hat es eben schon angekündigt, eine komplizierte Frage, die man in aller Sachlichkeit jetzt angehen muss. Gerhard Joachim von Fallois, versuchen wir ein Stück weit zumindest weiter diesen Sachverhalt, vielleicht auch ein Stück weit weiter zu klären, zumindest zu besprechen. Was braut sich da womöglich innerhalb der Großen Koalition in Berlin gerade zusammen? Ich fand, Thorsten Schöfer-Gümbel hat das gut zusammengefasst. Es sind permanente Chaos-Tage, die vor allen Dingen der Union zu beobachten sind. Da wollen große Teile der Partei etwas anderes, als es die Bundeskanzlerin offensichtlich will. Und die CSU spielt da nochmal ihre eigene Rolle. Ich darf nur an die Diskussion der letzten zwei Wochen erinnern. Aber Thorsten Schöfer-Gümbel irrt, wenn er denkt, das sei nur ein Problem der Union. Es ist ein Problem der gesamten Regierung. Denn wenn man sich mit Ministerpräsidenten unterhält oder gar mit Stadträten, Landräten etc. Eins ist völlig klar, egal welcher Couleur. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man zunächst erst einmal nicht weiß, mit der schieren Menge der Menschen, wie man die ordentlich unterbringen soll für den Winter. Und das steht hinter der neuen Diskussion. Die Frage der Begrenzung. Die Bundeskanzlerin hatte ja gesagt, wir schaffen das. Hat sich bisher immer gegen so eine klare Begrenzung ausgesprochen. Und nun wird eben hier von der Seite quasi der Druck aufgebaut, dass es doch zu einer Begrenzung kommen muss. Wenn ich versuche, jetzt ein wenig nach den Linien zu fragen, deutet sich da schon was ab? Mir scheint so der reine Koalitions- oder der Parteizwang löst sich im Moment so ein bisschen auf. Ich habe SPD-Stimmen gehört, die eher Richtung CDU tendieren. CDU-Stimmen, die eher Richtung SPD-Meinung tendieren. Täuscht der Eindruck oder sehen Sie es auch so? Also diesen Eindruck hat man ja schon ziemlich lange Zeit, dass die Bundeskanzlerin in ihrer Meinung vor allen Dingen von Seiten vieler auf der SPD, in der SPD unterstützt werden. Und in der Union, gerade in der CSU, ist man da ganz anderer Meinung. Man muss nochmal an den Anfang des Konfliktes zurückgehen. Anfang September, die Flüchtlinge in Budapest, da hat die Bundeskanzlerin gesagt, die können alle zu uns kommen. Die Syrer, die werden gar nicht mehr kontrolliert. Die sind hier alle bei uns willkommen. Wir werden sämtliche europäischen Regeln außer Kraft setzen. Sie hat es etwas höflicher formuliert, aber darauf läuft es ja hinaus. Und schon damals gab es viele in der CDU, CSU, die gesagt haben, so geht das nicht. Und ein weiteres Problem ergibt sich für die Bundeskanzlerin, dass die anderen Europäer überhaupt nicht mitgezogen sind. Denn Angela Merkel konnte im September noch davon ausgehen, dass dieses Flüchtlingsproblem europäisch gelöst werden kann. Aber wenn man sich die Realität anschaut, dann muss man sehen, dass jetzt auch die Schweden, ein Land, das bisher fleißig aufgenommen hat, gesagt hat, wir können nicht mehr, bitte, liebe Flüchtlinge, geht nach Deutschland oder bleibt da, wo ihr seid. Es ist einfach voll bei uns. Und da sieht man schon, diese Rechnung ist eben nicht aufgegangen. Und Deutschland alleine, da haben viele Sorgen, ist überfordert. Ich darf nochmal an die Zahlen erinnern. 250.000 hat man geschätzt im Februar. 450.000 waren es bereits im Mai. Dann hat man auf 800.000 im August korrigiert. Und wir haben bereits im Oktober 758.000 allein registrierte Flüchtlinge gehabt. Also wahrscheinlich weit über 800.000 und sind noch zwei Monate. Und wenn die dann alle mal vier Familienangehörige nachholen, na, dann können sie ausrechnen, was dabei am Schluss rauskommen könnte. Es gab es ja letzte Woche diesen Vorstoß von Thomas de Maizière. Schutz, ja, für syrische Flüchtlinge, aber begrenzte Zeit und ohne Familiennachzug. Da musste er wieder zurückrudern. Peter Altmaier hat gesagt, du musst zurückrudern. Der hat ja eigentlich den Job von ihm ein Stück weit bekommen von der Bundeskanzlerin. Kann es sein, dass da auch so ein bisschen von de Maizière so eine Art, naja, ich will sagen, bewusster Vorstoß ist? Also eine Intrige ist ein großes Wort, aber zumindest ein doch sehr bewusstes Handeln dahinter liegt. Oder war es eher ein Lapsus? Man hat sich ja am Donnerstag auf den subsidiären Schutz für die Menschen geeinigt, die darunter fallen sollen. Wir im Kanzleramt, es waren fünf, sechs Korrespondenten, standen zusammen, als wir die ersten Meldungen hörten und haben mal nachgeschaut. Gehören da eigentlich die Syrer dazu? Und da gab es ein großes Meinungsspektrum. Und es ist eben so, dass Thomas de Maizière offensichtlich schon in der vergangenen Woche die Behörden angewiesen hat, dass die Syrer wieder Einzelfall geprüft werden. Wie das im Einzelnen gehen soll, ist nicht ganz klar. Denn wir wissen ja, dass das BAM viel zu wenig Leute bereithält. Auf jeden Fall bei einer Einzelfallprüfung. Da könnte es dann tatsächlich sein, dass der ein oder andere Syrer dann eben nicht unter die UN-Flüchtlingskonvention fällt. Aber das muss man einen Staatsrechtler fragen. Alles sehr, sehr kompliziert. Ja, und Peter Altmaier, er hat ja am Sonntag in dem Radiointerview gesagt, also das wird so nicht exekutiert. Es ist jetzt erstmal alles so, wie es ist. Und wir müssen weiter beraten. Und Stefan Seibert, der Regierungssprecher, hat eben gerade erklärt, dass die Innenminister sich Anfang Dezember über den Status der syrischen Flüchtlinge unterhalten. Und da fällt mir wieder auf, wie langsam solche politischen Mühlen mahlen. Denn auch die Ergebnisse vom Donnerstag, ich nenne nun mal das gute Ergebnis eines einheitlichen Flüchtlingsausweises, dringend notwendig, die hätte man eigentlich auch schon am 24. September bei der Konferenz der Ministerpräsidenten davor verabschieden können. Also wir verlieren Unmengen Zeit in einem politischen Ränkespiel, was auf Seiten der Union zum einen dadurch gekennzeichnet ist, dass offensichtlich viele nicht der Meinung der Bundeskanzlerin sind. Auf Seiten der SPD versucht man immer wieder damit zu zündeln. Wir haben ja auch bald Wahlen im März, aber das dient der Sache überhaupt nicht, sondern es muss jetzt eine schnelle Entscheidung kommen. Deutliche Worte von Gerd Joachim von Falloa. Ich danke sehr herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Berlin.